Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich. Heute soll es um die Rückreise aus Griechenland gehen. Mittlerweile bin ich natürlich schon wieder in Deutschland, möchte aber doch nochmal so ein bisschen zurückspringen auf die Zeit der Rückreise aus Griechenland bis nach Deutschland, wo ich jetzt bin bei meinen Eltern am schönen Kaiserstuhl. Doch bevor ich das tue, möchte ich in eigener Sache nochmal ein bisschen werben. Wenn ihr mich und meinen Podcast unterstützen möchtet, dann geht doch gerne bei Spotify auf die Bewertung, die es seit neuestem dort gibt und gebt meinem Podcast einfach mal fünf Sterne oder so viele Sterne, wie es euch eben wert ist und pusht damit so ein bisschen meinen Podcast bei Spotify. Das gleiche geht natürlich auch bei Apple Podcasts, dem ehemaligen iTunes. Auch dort einfach nur klicken oder sich hinsetzen und noch eine Rezension verfassen. Das freut mich natürlich auch und den Algorithmus sehr. Somit kommen dann meine Inhalte auch ein bisschen weiter hoch in der Staffelung. Dafür sage ich ein ganz herzliches Dankeschön. Und wenn du mich ganz direkt unterstützen möchtest, dann kannst du das selbstverständlich auch tun über meine Dieselkasse. Die findest du auf meiner Webseite andre-anderswo.de ganz oben in der Menüleiste. Da findest du alles und kannst mich direkt dann unterstützen. So, jetzt aber genug der Werbung. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Auch ein Like bei Instagram oder ein Teil meiner Beiträge dort unterstützt und hilft mir sehr. Also, Rückreise aus Griechenland. Das war für mich schon eine spannende Zeit wieder. Nach so langer Zeit, ich habe es in einer der letzten Folgen gesagt, aus dem Land wieder auszureisen nach über 100 Tagen, war schon irgendwie komisch. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich auch unheimlich auf die Zeit gefreut, auf diesen Zwischenabschnitt zwischen Griechenland und Deutschland, weil ich da mehrere Punkte hatte, was ich noch alles sehen wollte, mit wem ich mich treffen wollte. Vorab sei gesagt, es war ganz schön viel. Ich merke nach solch langen Reiseabschnitten immer wieder, ich bin ja jetzt fast vier Jahre unterwegs, dass ich wieder eine gewisse Zeit brauche, um diese Reiseeindrücke zu verarbeiten. Das ist doch eine ganze, ganze Menge, was da auf mich einströmt jedes Mal. Und so war es auch dieses Mal, die Rückreise durch Albanien. Das war ja dann das erste Land, wo ich mir eigentlich eine Woche Zeit genommen hatte, verschiedenste Punkte nochmal anzufahren und zu besuchen. Ich habe ganz schnell gemerkt, schon in den ersten Tagen, dass mir das zu viel wird. Dass ich einfach voll bin und mit diesen ganzen Reiseeindrücken aus Griechenland und ich gar nicht mehr so aufnahmefähig war. Ich habe mich mit einer Reisefamilie in Albanien getroffen. Wir kennen uns schon sehr lange online von Instagram. An dieser Stelle herzliche Grüße an Fünfmal Glücklich. Ich verlinke euch die Familie auch mal in den Shownotes. Da könnt ihr sie dann auch abonnieren bei Instagram und sie verfolgen eine ganz sympathische Reisefamilie mit drei Kindern und mittlerweile zwei Hunden. Die haben auch nochmal einen Hund unterwegs adoptiert und mitgenommen. Ja, das hat großen Spaß gemacht. Ich habe noch eine andere Familie dann dort kennengelernt, mit denen, die gerade unterwegs sind. Und das war ein tolles Treffen. Aber danach, die Punkte, die ich noch ansteuern wollte in Albanien, habe ich größtenteils nicht mehr gemacht. Ich bin nicht nach Tirana in die Hauptstadt, was ich eigentlich wollte, um einfach so nochmal diesen albanischen Flair. Für mich ist es so immer so ein bisschen, ich sage immer das europäische Arabien irgendwie. Aber das habe ich dieses Mal nicht gemacht. Definitiv ist Albanien aber eine Reise wert. Und ich möchte mir da wirklich mal ein paar Wochen Zeit nehmen und das Land richtig bereisen, so wie ich es jetzt in Griechenland zum Beispiel gemacht habe. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das irgendwann klappt. Das Gleiche war letztendlich dann in Kroatien. Ich habe relativ schnell dann für mich festgestellt, ich mag gar nicht mehr so viel Seen. Dann war aber von der Streckenführung, war das so, dass ich zu den Blitwitzer Seen fahren wollte und das auch gemacht habe und dort dann auch in den Nationalpark Blitwitzer Seen gegangen bin. Wer mir auf Instagram folgt, hat da auch schon schöne Bilder gesehen. Die anderen können jetzt nochmal rüberspringen oder auch bei Facebook sich das angucken. Das war sehr, sehr beeindruckend dort. War ein ganz, ganz toller Tagesausflug. Nicht ganz billig, muss ich ehrlich sagen. Das ist für den Nationalpark schon ganz schön happig, aber es ist wirklich der Besuch wert gewesen. Also ich habe da wirklich einen ganz, ganz tollen Tag verbracht. Ja, und dann ging es weiter nach Österreich in die wunderschöne Wachau. Zu meiner lieben, guten Freundin Sandra von Fräulein Wanderlust, dem Account auf Instagram. Wir haben ja lange Zeit bei den Campernome zusammengearbeitet im Chorteam und jetzt ja wieder als Freelancer bin ich ja wieder mit im Boot für die Podcast-Moderation. Und wir haben mit ihrer Familie auf dem Weingut ihres Schwagers und ihrer Schwester, dem Winzerhof Wiedmeyer in der Wachau, auch das verlinke ich euch nochmal hier in den Shownotes, ein wahnsinnig tolles Wochenende verbracht. Entspannung pur, sage ich mal, eine super herzliche Bewertung und ich sage an dieser Stelle nochmal ein herzliches Vergeltsgott an euch Wiedis für dieses tolle Wochenende, für die Bewertung, für das alles drumherum, die tolle Verpflegung, den Stellplatz auf dem Winzerhof. Also wirklich eine tolle, tolle Begegnung wieder gewesen mit euch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wer mal in der Wachau ist, muss unbedingt den Wein vom Winzerhof Wiedmeyer probieren. Günther und Fanny, die Winzerfamilie, machen da echt leckere Weine. Also ich habe das wieder sehr genossen, habe natürlich auch ein Kistchen mit nach Hause genommen. Und da bin ich jetzt am schönen Kaiserstuhl bei meinen Eltern in meinem Heimatort Endingen und verbringe hier eine wunderbare Zeit. Ostern ist bereits vorbei und wir haben hier auch schon die ersten Ausflüge gemacht in den nahen Schwarzwald oder unteren Schwarzwald. Ich habe hier einfach eine gute, gute Zeit. Ja, auch an dieser Stelle Mama und Rolf, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf wieder und mit euch eine schöne Zeit verbringen kann. Freue ich mich sehr. Aber darüber werde ich bestimmt nochmal hier und da berichten. Deswegen ist es bei Instagram im Moment auch ein bisschen ruhiger, weil ich einfach die Familienzeit auch sehr genieße. Und natürlich auch nicht so viel los ist jeden Tag und manchmal einfach auch ein paar Inhalte fehlen, wo ich nicht weiß, was soll ich jetzt posten oder dass ich aufgestanden bin und am Arbeiten bin und so weiter und so fort. Ich bin derzeit gut beschäftigt mit einer sehr großen Webseite, die ich erstelle für den Kunden und freue mich schon auf neue Projekte, die gerade reinkommen, neue Webshops, die ich entwickeln darf. Und ja, wenn ihr da Interesse habt an einer neuen Webseite für euch selbst oder für Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, dann meldet euch gerne, weil Empfehlungsmarketing ist natürlich immer noch die beste Möglichkeit, um an neue Kunden ranzukommen. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Einblick von meiner Rückreise. Vielleicht kann es der ein oder andere auch nachvollziehen mit den ganzen Reiseeindrücken, die ich jetzt gerade versuche zu verarbeiten. Ja, gebt mir gerne Feedback, wenn ihr dazu noch Ideen habt oder Fragen habt, meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch wie immer jetzt noch einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Und da, wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei André Talkt.